Na super, alles wieder von Anfang. Diesmal gehe ich aber Starfick vor. Oh, ich muss mich beeilen, verdammt! Diesmal schalte ich euch Starfick aus. Kobalt 7, ihr Overschalt! Hören Sie mich, Kobalt 7, kommen! Mist, sie müssen sich trennen. Dann geht das besser. Jetzt oder nie. Los, los, los! Nummer 1. Und Nummer 2. Zauberkateria! Ah, wo ist der Dritte? Hat der was gemerkt? Nö. Da läuft noch immer sein Weg, oder was? Tatsächlich. Alle drei schön ausgeschalten. Okay. Jetzt hier drinnen ist das größte Problem in diesem Lager. Gehen die Bäume auch wieder kaputt? Nicht! Ach, das ist ja schade. Nö, die Bäume gehen nicht mehr kaputt. Egal. So toll habe ich das auch nie genutzt, immerhin in Crisis 1. Tarnfeld aktiviert. Erstmal Dellen hier noch. Oh! Auf Wiedersehen. Hubschrauber. Hier geht sehr gut ab. Tarnfeld aktiviert. Schnell wieder aufladen. Nein. Tarnfeld aktiviert. Hallo? Ah, schon mal. Hä? Oh, tschüss! Tarnfeld aktiviert. Das war's, mein Freund. Was ist das immer für'n Geräusch? Ist das ein Alarm, oder was ist das? Oh! Alter, die kommen ums Eck! Oh! Und schon gesehen! Und... Jetzt sind sie alle auf dem Weg dorthin, oder? Oh oh. Oh oh. Da ist einer, der hat mich nicht gesehen. Und der andere ist alarmiert. Wo ist der denn? Hä? Was ist das? Das Fahrzeug? Ach so. Oder ist da jemand im Fahrzeug? Ich höre auch was. Fuck! Woah! Verzieh' dich doch nicht! Feige Sau! Tarnfeld aktiviert. Boah, wie viele. Aber wie gut, dass ich diese kleine Minimap habe. Ja man! Fress das! Tarnfeld aktiviert. Jetzt rennen sie alle wie die Affen dorthin. Na, guck mal. Wow, da oben ziegert auch noch einer rum. Nachladen! Verdammt! Verdammt, verdammt, verdammt! Oh. Konditionen. Immer her damit. Was für ein geiler Taktik-Shooter. Richtig geil gemacht. Komm her mein Freund! Bam, bam! Okay. Okay, 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 okay. Da oben ist noch einer. Los! Tarnfeld aktiviert. Da ist er. Zu spät, mein Freund! Junge, Junge, ich höre. Tausend Schritte. Nur wo? Tarnfeld aktiviert. Die müssten meinen Schatten sehen eigentlich. Ah, da oben! Und tschüss! Tarnfeld aktiviert. Das war knapp. Irgendjemand schießt schon wieder auf mich. Das finde ich gar nicht toll. Tarnfeld aktiviert. Boah, zwei Stück. Hey, dieses Lager ist voll von denen. Da sind sie. Mist, der lebt noch. Nicht mehr lange. Verdammt, wo ist der? Okay. Flankieren wir ihn. Ich bin hier! Ah! Zwei Schläge. Mit dem Gewehr in die Fresse und das war's. Verdammt, warum geht es nicht mehr runter? Sind da noch welche? Nö. Das war's. Es geht runter. Und meine Framezahl bei Fraps auch. Verdammt! Egal, ich hab's geschafft. Nur wo muss ich jetzt hin? Sind hier noch mehr? Tarnfeld aktiviert. Hier sind bestimmt noch mehr. Rechnen du! Er ist irgendwo da draußen. Genau, es sucht mich. Tarnfeld aktiviert. Da drüben auf dem Weg, da drüben ist noch einer. Mist. Hä? Tarnfeld aktiviert. Da ist er. Nein, das ist das Fahrzeug schon wieder. Wo ist er? Ich hör einen, aber ich seh keinen. Das aktuelle Einsatz. Hier wird immer angezeigt. Ja, ich bin doch schon auf dem Weg. Boah, es ist ganz schön. Wir haben einen Toten. Wir haben einen Toten. Und wer hat den gemeldet? Da. Im Tarnmodus. Ha, zu spät. Du hast den Tarnmodus und tot. Geil. Das Spiel gefällt mir. Okay, ich muss dorthin. Ich darf nicht so viel rumspielen mit den ganzen Wachen. Ich muss hier hin. Öffne das Ding. Berechne Alternativroute. Navigationsmarker aktualisiert. Ah ja. Alternativroute. Also, dann gehen wir mal da lang. Und hier haben Wimmels wahrscheinlich wieder von Wachen. Oder? Oh oh. Erstmal wieder Mundi sammeln. Sieht gut aus. Ich bin am Ziel. Prophet, wir sind überall hell. Ich muss raus. Wir treffen uns im Labor. Vereilen Sie sich! Ja, ja. Oh, was ist das denn? Hm. Okay. Wo bin ich hier? Besuchen Sie beim Alarm von Ruhe. Sie werden zur gesuchtigen Behandlung am sicherer Böner. Hm, das Ding geht jetzt auf. Alles klar. Kontrollpunkt erreicht. Gott sei Dank. Zur Eindämmung. Armes Schweine. Ja. Die E-Mail-Junker-Zier-Zier-Zier-Zier-Zier-Zier-Zier-Zier-Zier-Zier-Zier-Zier-Zier-Zier-Zier-Zier-Zier-Zier. Wo kommt das her? Ach, da. Das Radio. Junge, Alter. Wie cool das gemacht ist. Munition. Herr damit. Was? Oh nein. Oh nein. Ich kann wieder nur zwei Waffen nehmen. Das ist ja doof. Entweder die oder... Ne, das ist die gleiche. Ach so. Falscher Knopf. Versuche System Neustau. Erst Säuberung aktiv. Okay. Okay, für die Minition habe ich... Erst Säuberung abgeschlossen. Standby. Magnetsiegel freigegeben. Ah, nun. Schadstoff entdeckt. Beginne automatische Systemabschaltung. Rechnen Sicherheitstür auf. Alles klar. Kein Problem. Wer gibt mir eigentlich dauernd die Befehle? Oh mein Gott. Wie gigantisch geil sieht denn das aus? Ja. Und überall liegen diese Säcke und da sind schon wieder Leichen. Oh, nachher geht's bestimmt voll ab mit so Zombies oder so. Woah, woah, woah. Was war das? Was zur Hölle ist jetzt los? Hä? Was war das? Get out and play. Okay. Die sind bestimmt auch wieder irgendwo... Oh, was ist das? Vermisste Personen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ist New York eins zu eins nachgebaut worden? Gibt es diese Straße wirklich? Wer weiß. Jo. Ein toter Busfahrer. Ein toter Busfahrer. Finde den Eingang zur U-Bahn. Alles klar. Finde den Eingang zur U-Bahn. Wow. Ein Laden. Ich kann alles greifen. Nehmen. Ey. Klopapier. Das braucht man immer. Ich meine, hier sind so viele Dixi-Klos. Nimm doch das Klopapier. Was ist das? Oh Gott, jetzt nimmt er den ganzen Tisch. Wo kam der her überhaupt? Moment mal, was ist das? Was? Ich höre Explosionen. Ich höre... Die Scheiße. Oh, was ist das? Freiheitsstattung. Ah, mal wieder viel. Das ist so ein freischaltbar. Oh, ein Laptop. Aber nur ein- und ausschalten. Na ja, super toll. Öltonne. Wow, ich bin ja im Hinterhof. Aber ich kann vielleicht hier weiter... Aua! Wir gehen uns nicht. System Override. Wow, wow, wow! Da sind schon wieder... ganze Menge. Was ist denn jetzt? Marginale Panzerung. Panzerung verändert die äußere Höhle des Landens zu, um Schaden zu absorbieren und die Überlebenschancen des Agenten im Kampf zu steigern. Der Panzermodus verbraucht Anzugenergie. Die Überlebenswahrscheinlichkeit in der Nähe explodierender Munition steigt. Das ist Profit! Er lebt! Uah! Du blöder Sack, Alter! Das ist Profit! Er lebt und er schießt gleich auf... und man schießt gleich auf diese scheiß Fässer. Was für ein Zufall, dass da auch so ein Fass lag. Aber muss ich überhaupt dahin? Ich weiß gar nicht, wo ist mein Ziel? Hm? Ah! Okay! Was ist das? So! Cool! Das ist die gleiche Waffe! Ganz toll! Aber konnte ich... Ich konnte die Waffen doch immer modifizieren! Ah! Aber Schalldämpfer ist nicht freigeschalten! Da ist gar nichts freigeschalten! Na gut! Dann müssen wir wohl weitersuchen! Oh! Was war das? Nein! Was ist das? Ja! Das ist ne Waffe! Wie cool, dass ich das gefunden habe! Danke!